Also ich habe die maritime Bilder ausgestellt, die ich seit einem Jahr vorbereitet habe und es sind so circa 40 Bilder. Thema ist natürlich die Bretagne und viele Wolken, das Meer, die Wellen und sehr viel Blau. So, ich bin Valerie Yvesen. Valerie Yvesen arbeitet in Lübeck in einer Firma, aber als Hobby macht sie sehr viel Malerei. Acryl, Öl, Pigmente, alles ganz unterschiedliche Sachen. Das macht sehr viel Spaß. Und dann bin ich als Valerie Meret, mein Mädchenname, als Künstlerin in Deutschland, aber auch in Frankreich. Ich male als, denke ich, mal Entschwemmung. Als Kontrast zu meiner Arbeit, das macht mir unheimlich viel Spaß. Das habe ich auch in vielen Jahren entwickelt. Und irgendwie, ja, Kunst hat mich immer interessiert in der Schule. Und habe ich ein bisschen bezeichnet, wenig gemalt, aber jetzt seit sechs, sieben Jahren habe ich das entdeckt. Die Wellen und auch das Wetter ist auch sehr passend heute, wie in der Bretagne. Und ja, mal sehen, was ist wert. Es dauert sechs Monate, also es ist schon eine ganze Menge. Und nochmal wife Anders. Das ist schon mal schön. Los geht, lieber FertICion польз. Vielen Dank.